Moin Jungs, Moin Mädels. Willkommen bei Outlast. Ja, wir sind hier gerade am Anfang. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Aber ich glaube, mein Partner möchte nichts sagen. Mein Kollege. Hallo. Okay, ich kann mich gerade nicht umgucken. Es ist sehr grisselig. So ist noch grisseliger. Hallo. Hallo. Ja komm, hallo Skynetic. Oh Skynetic, du hast da wieder die neuste Zahnspange von... Keine Ahnung, Mister. Mister Ural. Ja, das ist Pro-Unterhaltung. Skynetic-TV. Boah. Boah. Was? Ich hab das so gemacht. Alter, war das abgespaced. Boah Leute, wir haben das abgeweht. Dann gehen wir enden zu Kyoto. Skynetic hat seine... Ähm. Hehehe. Hehehe. Ein kleiner Unfall beim Stuntsmauchen. Friesixi hier. Er wollte... Warte, warte, heute zeig ich euch einen Manga. Hehehe. Er ist in den Manga-Laden gerollt. Ach, wie heißt der Film, wo es dreht, ne? Ja. Oskynetic. Hehehe. Neue Bestzeit. Oooh. Eieieieieieieieieieieie. Er ist ja schon wieder da. Kommt das immer oder was? Hallo? Ich glaub, das kommt immer, das voll schlechtes Script kann ich sagen. C***. Hey, hey! Da rechts! Was? Was?! Ich glaube, was ist das denn für ein fetter Schrank? Das ist ein V. Ich wollte es gerade sagen. Ah, nein! Der V-Fetter hat Hunger. Ich gehe jetzt mal erkacken. Oh, er hat ein bisschen Blut am Arsch. Warte, ich gehe hier lang. Woher gekommen sind? Was? Was ist das denn für ein F. Hallo? Hallo? Ich habe es doch nicht so gemeint. Ich glaube, er setzt sich immer auf seine Opfer. Ich glaube, er setzt sich immer auf seine Opfer. Ich will das auch so blutig einmal. Er ist leckt. Rein da. Der ist so dumm, um mich zu finden. Ja, ja. Ja, ja, äh, äh, äh. Nein, nein. Wo, wo lang? Ich muss in den Keller, oder? Ja. Das ist leicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe da unten. Da unten. Da unten. Was? Da geht es nicht lang. Da geht es lang. Was bin ich los? Oder? Ja. Der kommt doch da nicht durch. Der ist so viel zu fett. Nein! Nein! Der ist weggegangen. Na? Kommst du nicht durch, Specki? Muss ich wieder Beintraining machen? Was ist das eigentlich? Ich glaube, unsere Batterie. Wie kann man denn nach? Bestimmt mit R oder so, ne? Ja, wusste ich. Guck mal, da ist ein Knopf. Drück aufs Knöpfchen, Max. Okay. Ich muss jetzt also die Gas-Ding. Okay. Ich muss jetzt also die Gas-Ding. Okay. Nummer eins, ja fertig. Kriegen wir immer so ein Frame. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Wer kommt denn da jetzt? Die Tür zu. Hallo. Hey, wer ist das? Kann man hier verstecken? Kann man nicht mehr in der Mitte stehen? Was ist das denn? Hallo, du. Ein paar schöne Füße. Na, wo ist der jetzt? Ich glaube, der wird nicht freundlich zu uns sein, wenn wir ihm begegnen sollten. Was ist das hier? Das ist der Generator, die Punkte oder so, ne? Oder ist das der Strom? Ne, ich muss ja den Strom. Was ist das? Hat der das jetzt gehört oder so? Kommt der jetzt hier her? Ich glaub' nicht. Ne, wir machen ja eigentlich keinen Randau. Der hat uns ja noch nicht gesehen. Das war ne Batterie. Dass hier auch überall Batterien rumliegen hat. Das ist sofort unnatürlich. Aber gut, ich meckere mal nicht. Was vorhin ist irgendwas. Okay. Alter, das sind aber hier Frame-Einbrüche die ganze Zeit. Was? Oh, okay. Oh. Äh, hallo? Hallo? Okay. Okay. Oh, okay. Du kannst ja mal abgeschleißen. Bescheid, man. Ich hab' gar nicht wo ich hin soll. Ich geh' wieder unter's Bett. Aber ich brauch erstmal einen Raum mit dem Bett. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Der ist so blöd. Der ist so blöd. Der ist so blöd. Der ist so blöd. Hallo? Äh, sag' ich doch, der ist so blöd. Bist du dumm zum kacken, du? Der kann sich doch nicht mal hier eure Schuhe anziehen. man Da ist einer. Egal, YOLO. Ja, der hat uns gesehen. Ok, wo ist denn die neuesten? Sehr schlau. Hier rein. Hä? Ach, das ist falsch. Da komm ich zurück, oder? Ok. Wir haben Elektricität. Komm, 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 die Kamera weg. Ok. Was? Was? Ich bin entschuldig, mein Sohn. Ich wollte das nicht mit dir machen. Wie ist das? Aber du kannst nicht weg. Noch nicht. Ah, das ist doch nicht. Es gibt noch viel für dich zu sehen. Willst du es sehen? Kannst du? Kannst du? Our lord, the wallrider, tearing his truth into the unbeliever's. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. The Frame Zahl einbricht wegen dem, ähm, ein Kreuz. Weil die Frame Zahl einbricht wegen dem, ähm, wegen der größten Datei. Ah, unsere Kamera hat er uns gelassen. Das ist ja nett. Wo sind wir denn in so einer scheiß Gummi-Telle? Geil. They're in my blood if they want to get out! Tja. Das ist nass. Was? Ich habe so... Boah, bist du hässlich. Was? Was? Boah, doth, das Skynetic-Felder. Der ist schon ganz verstört. Skynetic-Zuschauer. Da auch wieder ein weiterer Zuschauer von Skynetic. Ihr seid ja nackig. Für die Mädels! Ha, 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 ha. Guck mal jetzt, wie er Skunetik. Skunetik bei der Arbeit. Skunetik, was machen sie denn heute so? Skunetik, was halten sie denn von R7? Einsatzen für Wend, übrigens bald nicht mehr von Tine Wittler. Äh, du, äh, Modus, sondern von Alf... Oh, der ist nicht genau so fett. Also, der ist schon. Unzu hässlich wieder. Hey! Was, Junge? Wurste stresst, oder war's Junge? Wurst du Ärger? Wurst du Ärger? Wurst du Ärger, hä? Wurst du Ärger? Wurst du Ärger? Wurst du Ärger? Wurst du Ärger? Die er Neunen, die erinnern mich irgendwie an die Klitschgub Mulch. Auf einmal ist da so ein Faggot. Sieht aus wie die Alpha aus Ritze. Alpha aus Kimme. Jetzt mal schönes Blut legen. Lecker, lecker, lecker. Ah, guck mal. Ach so, auf einmal ist hier so ein Durchgang. Okay, wir sind weit, Leute. Oh! Mann! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Oh! Hallo! Hallo! Du wirst weg! Auf ihn zu tief, Bang! Hm. Irgendwie lang. Pff! Siehst du, das hat fast geklappt. Ne. Den hat fast, natürlich. Ich laber mich nicht voll. Aber du. Ja, genau so. Warum fängt der Otto wieder runter? Mann ist der amputiert. Schau mal. Guck mal. Ne, ich hab gar nichts gedrückt. Ich glaub's abgestürzt. Es überfordert, dass ich das geschafft hab. Was? Das ist halt scheiß, Alter. Ey, wenn ich jetzt spielen würde, ne. Der Bildschirm da hätte zwei Risse mehr.